Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich wusste lange nicht, was ich machen will. Zur Not bin ich weiter in die Schule. In der Kante mussten meine Sitznachbari Physiotherapie. Dann bin ich mit ihr mit. Ich schaute, sie hatte das Kreuzband gerissen. Sie war in einer Reha-Phase. Dann habe ich diese Stunde miterlebt mit ihr. Ich dachte, das ist es, das ist der Beruf für mich. Ich bin seit 10 Jahren hier im Spital tätig. Meine Fachrichtungen sind Sportphysiotherapie, Kardiorehabilitation und Schwindeltherapie. Mich haben die Leistungen auch immer interessiert. Und auch der Gedanke daran, was es braucht, um so eine Leistung zu erleben zu können. Und das ist das, was mich auch so fasziniert an meinem Beruf. Also, wie bringe ich einen Patienten, der nicht mehr steigen oder das Gelenk nicht mehr beugen kann, wie bringe ich den dazu, das wieder zu machen. Ich habe im Akutspital schon vor meinem Dorf gearbeitet. Dann habe ich auch in einer Praxis gearbeitet und mehr ambulante Patienten gehabt. Und zusätzlich auch, jetzt mit meiner Sportphysiotherapie-Ausrichtung, habe ich lange eine Uni-Hockey-Naziatin betreut und auch noch die Nationalmannschaft im Uni-Hockey. Das Besondere an der Arbeit im Akutspital im Vergleich zu anderen Settings ist vor allem, dass wir mit Disziplinen sehr eng zusammenarbeiten, also mit der Pflege und mit den Ärzten auf der Station. Die Gewichtung von uns im Spital ist sehr hoch und das macht es wirklich lässig. Also, wir warten auf unsere Meinungen und auf unsere Beurteilungen. Wir arbeiten im Team sehr wichtig. Ich war eben eine Weile lang auch in einer Praxis gewesen und dort arbeitet man mehr für sich. Und das habe ich dann gemerkt. Nein, ich brauche ein Team, ich brauche ein Miteinander und das kommt vielleicht auch aus meinem Sozialen. Also, ich bin ein Drilling, ich war nie alleine. Ich hatte immer irgendjemanden, den ich arrangieren und interagieren musste. Ja, ich brauche das und ich lebe von dem. Wir haben vor allem viel mit Pflege zu tun. Also, auf der Station sind wahrscheinlich die Pflege, unsere erste grosse Ansprechgruppe und dann aber auch die Ärzte. Und in einem kleinen Bereich, also die beratenden Dienste, wie Ernährungsberatung oder Sozialberatung. Und jetzt haben wir noch eine neue Ergotherapeutin bei uns im Team und das ist natürlich auch mega cool. Dann können wir mit ihr noch eng zusammenarbeiten. Ich mag vor allem Menschen. Von Grund auf das Interagieren mit ihnen zusammen, das Inter- und Intradisziplinär. Ja, so prinzipiell einfach das Leben und das Arbeiten mit einem Menschen. Ich bin seit 20 Jahren schon in diesem Beruf und ich finde es auch klar einen Unterschied, von gerade, als ich angefangen habe, als frisch Diplomierte zu jetzt. Gegenüber der Krankenkasse, wir haben viel mehr administrativen Aufwand und aber auch der Druck vom Patienten. Also, die Patienten haben zum Teil auch nicht mehr so viel Zeit, um zu regenerieren. Also, am liebsten wären es gestern schon wieder gesund. Da lastet viel Druck auf einem. Ich denke, die Sicht auf meinen Beruf hat sich recht stark verändert. Wenn wir jetzt noch sehr, sehr alte Leute fragen, was eine Physiotherapeutin macht, dann sind wir vor allem die Krankengymnasten. Und dieser Blickwinkel hat sich recht stark verändert. Also, wir werden je länger, je mehr Coaches, wo ein Patient coacht, der dann sein Problem selber in den Griff bekommt. Wir behandeln ihn ja schon noch, aber es ist nicht so, dass ich hingehen und lasse mich behandeln, sondern es ist ein Einstieg mit einer Technik, die wir am Patienten unternehmen. Und dann aber auch viel Coaching, wie kommt er durch den Alltag, was für Übungen muss er machen, damit er eben nachhaltig das Problem behandeln kann. Und da sind jetzt auch viele Patienten darauf eingestiegen und merken, ja genau, so läuft es und so ist es gut, so tut es mir gut. Auch heute, nach 20 Jahren Physiotherapie, auch mit diesen Veränderungen ins Gute, wie auch vielleicht mal nicht so ins Gute, ich würde es wieder machen, es ist immer noch an oberster Stelle.